Da ist er wieder, der Gigant. Chuck Norris in seiner wohl härtesten Rolle, die ihn bis zum Äußersten zwingt. Wem bin ich zu gefährlich? Ich muss hier verschwinden. Pass auf dich auf. Wir haben einen Sicherheitsring aufgebaut, wo keine Maus durchkommt. Aber verdammt nochmal, sag mir, wo war das Loch? Bleib unten! Linda war meine beste Kraft. Wirklich. Das war eine Hinrichtung. Hilf mir doch, der bringt mich auf! Versteh doch, die glauben dir kein Wort. Ich hab die Schnauze voll, Lieutenant. Ich verstehe ihren Sinn für Gerechtigkeit. Aber in erster Linie kommt mein Geschäft. Ja, spinnt hin. Nein! 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 Für manche Stunden findet er unerwartet einen diskreten Helfer. Doch die Knochenarbeit muss er selber machen. Der Gigant! Angeber! Immer wieder wird er auf eine harte Probe gestellt. Komm schon! Punching Ball! Doch er beweist, dass es nur einen gibt. Chuck Norris, der Gigant. Der dark kommt mit dem Bedanker an. Die Marken-Bilber fl хлühen. Derality in Charchage ist nicht aneruert. Abschρίblich ist nicht aneruert. едь Vorsitz!